Ein einzigartiges Kunstwerk. Und niemand hat es verstanden. Es ist die Unregelmäßigkeit, die dem Raum etwas Traumhaftes gibt. Die Unebenheit dieses Bodens, die Unebenheit des Tisches und der Wand haben eine emotionale Wirkung. Die Sassi von Matera sind Geografie, die zur Geschichte geworden ist. Es ist der Wert einer geologischen Existenzialität. Matera ist nicht alt. Matera hat es schon immer gegeben. Sie ist eine der ältesten Städte der Welt. Matera ist wie eine Mutter. Materas Geschichte liegt nicht in großen Taten, Schlachten, Helden und Generälen. Sondern in jedem einzelnen Stein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017